Hallo zum 13. Teil von Prototype Teil 1. Jetzt spiele ich mal wieder. Ist nicht vielleicht Playdota. Willst trinken bitte. Ah, wir sind jetzt bei deiner. Jetzt haben wir schon. Ah, jetzt hören wir diesen McCullin, oder wie er heißt, kriegen. Also gut. Aber ein paar Geräusche. Ja. Zur Erklärung. Zachy hat gerade eben das Mikrofon. Nein, das Headset. Ja. Ja, David spielt jetzt. Ich hab mal kurz Headset, weil ich den Ton gar nicht kenne. Ja. Bitte. Damit du auch mal den Ton kennst, oder... Ja. Ich hab' die Stadt ganz gut an. Man sieht die Stadt zum Metzl. Oh ja, zufrieden? Ja. Wie geht der Art der Erdschung nicht in die? Ah. Müll uns mal zum Planfall. Geht man stark davon aus. Ne, klappt das nicht. Was sollen wir jetzt machen? Ach so, wir werden nur mit dem Platz. Ich weiß es nicht mehr. Das haben mich Nerven langsam diese Hubschrauber echt. Also man merkt, man wird sehr gefangen von dem Spiel, wenn man das mit Headset spielt. Ich glaube, es gibt keine Reaktion mehr. Wer ist das? Hahahaha. Access Denied. Hahahaha. Dessen Punkt... So ein schlubbel Ding ist. Solltest mal wen aufessen glaube ich. Dabei, ich soll's nochmal wieder Menschen essen. Hahahaha. Bei Zivilisten zerritten. Oha. Bisschen zu weit. Ne, ihr habt doch gesagt, Essen. Und so gehe ich jetzt essen. Oh, infected. Bringt uns das eigentlich irgendwie... Oh Gott, nein. Nein. Das spuckt diese Hunters aus. Können wir das kaputt machen? Das ist jetzt deine Aufgabe. Das weiß ich nicht so genau. Schau mal. Wir haben nicht so gut Panzer. Wir haben die Wege Panzer, aber wir können nicht benutzen. Wir steig einfach in das Ding rein. Rechtsklick. Rechtsklick? Warum hat sich das jetzt wieder abgewählt? Rechtsklick. Ich sterbe hier gleich. Ach ja, stimmt. Ich renne dann. Probier dauernd mit Leertaste zu rennen. Erst lieber müssen wir auf dem Zeichen kommen. Das ist so großartig. Dass die Leute damit sind. Ja. Das geht eigentlich nicht. Das sind jetzt eh Zombies. Das ist so. Wir nehmen den Einkaufswagen und schmeiß ihn auf den Heli. Scheine Einkaufswagen. Ein Bart, das schockt mich da. Der macht irgendwie nicht so viel Schreiben. Ja, auch doch. So, mit was ist mein Ziel? Ja, der wird dann Teil werden. Jetzt sind nur noch die Hälfte da. Ich bin Soldat. Ich bin Arzt. Wo ist der Panzer hin? Wo ist der Panzer hin? Der Panzer? Da war noch ein Panzer. Der macht den großen kaputt. Nein, mach ich garantiert nicht. Der kommen jetzt nämlich unendlich... Ah. Fuck. Ja, dich nehm ich auch, aber... Du kannst ja auf jeden Fall spritten. Ja, ja. Hab ich auch die ganze Zeit gemacht. Dann dräng ich nur wieder vorbei. Okay. Das ist gut, wenn man dann laufen kann. Fokus, wie wir gesehen haben, sind diese Gebäude. Hm. Hm. Das ist jetzt auch schon ausprobiert. Das klappt einfach nicht so gut. Das klappt einfach nicht so gut. Aha. Was muss ich jetzt machen? Ach, weglaufen. Soll ich den Hive zerstören? Machen wir das jetzt nicht? Okay. Nett. Das kannst du zwischendurch auch immer machen. Als du zwischendurch in die Welt wirklich bist. Aber ich weiß nicht, ob das so wieder Zeitfliege ansehen ist, wenn wir jetzt diese... in den normalen Bissern noch. Ja, wir sind einfach mal. Ah, wir sind einfach mal. Ja, wir sind einfach mal. Ja, wir sind einfach mal. Ja, guck, wir sind einfach mal. Mhm, wir tun. Wie kann man das so stark hinterher fahren? Wie kann man das mit Alt machen? 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 Okay. Wie hat sich dieser Hive wenigstens mal geblitzt? Einer? Einer von. Wie viele gibt? Ein Paun? Ich glaub, das werden immer mehr. Ja. Nein, aber das ist gleich ein Zügen. Vielleicht wird das Ausstoff einmal von oben. Ja. ha 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 hör mal was los du krieg ich den? er kriegt dich man, ich bin so über das macht der gar nichts wenn ich mal so nehm mal kriegst du sonst ist doch ganz normal so alltäglich so oder nicht das find ich so geil ja, wenn ich mal Auto in Haus los hä? ja, ich hab keinen Pactress gefunden ja, klar lauf aber weiter auf dem Ziel ja, der Hubschrauber nervt übel beim Laufen mit seinen Raketen er fliegt halt ja, er nimmt nochmal er wollte gerade nicht ja ich hab die Leertaste gedrückt ich schau genau deswegen will ich jetzt diesen der kleine Zentralgänger ich geh diese denn her weil man die Rechtsklick machen muss dann sind die nicht auch immer auf ja, Shift halten ja, ich meinte Shift nicht Leertaste Shift lass ich eh irgendwie überhaupt nicht mehr los mit dem Spiel vielleicht ein bisschen Speise wir regenerieren uns doch eh mit der Zeit was soll da an? das war nicht geplant ich wollte ihn eigentlich heimlich consumen das ging doch F und E oder? ja? ja, jetzt wird es aber dann F immer gedrückter dann tu den ähm ja, ich hab F und dann E ich hab F gedrückt gehört dann E gedrückt das ist wahrscheinlich wenn ich zu weit weg oder fahre vor ihm oder irgendwie sowas ja, bestimmt ist total falsch du kannst dich dann trotzdem bewegen wenn du dann den Weg immer bewegen musst dann funktioniert das Gute ist, man kann so schnell consumen irgendwie ok ich bin jetzt wieder früh ok ich kann spinne Ausnahmen erstmal cool schon wieder die Dinger wieso können wir ihn so gut erkennen? ich darf sie nicht zerstören naja, genau deswegen ach so, sabotieren was muss ich jetzt machen denn? sabotieren an ihn hingehen aber nicht zu ähm nicht zu lang sein dann muss ich doch jetzt talen als Soldat oder? nein, glaub nicht doch doch dafür klar, dass ich dich da nicht reinlebe meine, wären sehr schön blöd eigentlich nicht, aber ich werde nicht angezeigt, was sich unsicht vor dem jetzt hat jetzt kommt sie von oben, vom Dach auf einmal wieder runter ich kann mit dem Panzer reinfahren ich kann mit dem Panzer reinfahren ach so ach so, die hab ich gar nicht gesehen doi gut zu wissen ich dachte ich muss die Zeit da oben mit rechtsklick abwarten ja, das wär glaub ich nicht gut gegangen ja, das wär glaub ich nicht gut gegangen nein der will jetzt zu dem Heif hin das wird immer eine Zahl mehr das heißt jetzt muss ein Trenn sein vor allem der ist da oben aber ich bin ich bin mal ganz normal ich war nicht lange bin dran Die müssen das machen erst wieder unsichtbar gehen. Weiß ich nicht. Jetzt kann ich nicht damit gehen. Jetzt muss ich erst mal zurück verwandeln, unsichtbar werden und dann wieder die Silber verwandeln. Eben, ich bin wohl nicht unsichtbar. Wenn der Heli sieht dich. Oh, ich hasse Helis. So komm ihr Auto. Nein, doch halt einfach meine Ecke. Dann sieht er dich auch nicht mehr. Fangen wir euch jetzt in Waffe. Dann krieg ich die wieder weg. Jetzt kommt noch ein Strike Team und das noch mehr. Der ist einfach um die Ecke gelaufen, dann kann sofort zwei drücken. Gefühlt schneller. Okay. Jetzt bist du gar nicht mehr aufgehend. Nichts besser, als die Peitsche. Das ist ein Verzahn. Das will ich eigentlich. Aber irgendwie war meine Frequenz immer falsch. Doch, ich verstehe den Bein noch Strike Team. Aber genau. Und irgendwie hat es hier noch mehr. Ich habe jetzt alles so geplant von dir, oder? Natürlich. Das ist ja meistens bei solchen Spielen, wenn du wie blöd klickst, machst du immer am meisten. Das stimmt, bei dem Spiel hat es sogar wirklich. Ja, ich meine bei Dark... Irgendwie wie heißt das? Darksiders. Darksiders. Das ist ja im Prinzip auch nicht viel anders. Du klickst auch nur wie blöd im Kampf. Der muss halt schon schauen. Mein Buch. Hi. Das war jetzt schon nicht. Und das ist nicht. Das war nicht schön. Die haben wir nicht schön. Ein sehr leichter. Aufmerksamkeit gesorgt. Komisch allein. Ich stand doch direkt daneben. Ja, anscheinend. Ich muss stehen bleiben, damit ich den Scheiß machen muss. Das Ding muss da stehen, ich stand nämlich noch nicht da. Ja, ich war aber direkt daneben. Ich musste da, ich muss stehen bleiben. Du warst doch nicht ganz direkt daneben. Ich glaube, ich muss stehen bleiben. Ja, das kann auch sein, mach's halt einfach, damit es da steht. Ja, ich hab keine Zeit. Nee, nee, der Wut ist noch, der ist noch hoch. Na, der ist immer noch hoch. Ja, ich bin, ja, genau. Bist du du, jetzt musst du doch noch zu Soldaten bleiben. Du darfst sie nicht auf einmal werden, wenn du sie sehen wirst. Hier ist es gerade von Soldaten, der ist schon wenig gesehen, der die Zombies trinkt. Ich hab das Glück. Da wir auch keine mehr fressen. Diesmal bleib stehen, du hast längst die Zeit. Nein, das habe ich ihm nicht, leider. Hä, doch, das ist die Zeit, geht der nicht los, wenn du draufdrückst. Ja, ja. Kommt. So, und jetzt? Nee. Jetzt kommt da, glaube ich, der Meckmuller. Der Meckmuller ist ja voll edelig, du. Oh, der ist ja. Meckmuller. Callen wir ihn mal. Hey, I just met you. Ich will jetzt starten, wenn sie zum Eis haben oder wie. Und dann... m sie tun er steht ganz locker in all den Zombies Was ist jetzt deine Aufgabe? Evade oder Destroin hier bei Enemies. Move! Move your ass! Ein Event anlockt. Das was mit dem Park wieder immer wieder. Jetzt besser zu fortsetzen. So. Und gut.